Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Facebook Live um 14 Uhr aus Bielefeld. Unser heutiges Thema ist das Thema Kränze. Der Kameramann ist kurz eingeschlafen. Wir zeigen euch heute ganz viele tolle Ideen, wie ihr Kränze gestalten könnt zum Aufhängen, zum Hinstellen. Und an meiner Seite heute ist die liebe Anja. Hallöchen! Einige von euch kennen Anja vielleicht schon von Messen. Du bist auch bald wieder in Berlin dabei, oder? Ja, und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich freue mich richtig auf Berlin. Super. Wir haben uns heute extra passend für euch zum Wetter in Gelb angezogen. Ja, passend. Wir wollten so richtig schön strahlen für euch. Ja, tun wir. Und ja, wir haben auch heute wieder ganz viele Sets für euch zusammengestellt, vier Stück. Und ihr könnt bei uns bestellen bis 0 Uhr bei www.ideen-mit-herz.de. Bis 18 Uhr sind wir telefonisch zu erreichen unter 0521-238180. Und bevor es losgeht, machen wir wieder einen kleinen Rückblick. Letztes Mal hatten wir das Thema Mixed Media. Und da habt ihr uns tolle Bilder geschickt und die wollen wir uns einmal gemeinsam mit euch anschauen. Das erste Bild kommt von Jennifer. Vielen Dank, liebe Jennifer. Du hast uns auch einen ganz tollen Text dazu geschrieben. Das sieht ja auch toll aus, ne? Ja, super schön, ne? Das ist ja super schön geworden. Mal so in hellen Farben mit allem hellblau und weiß. Also so richtig freundlich, frisch. Vielen Dank. Eine tolle Idee. Das ist auf einer alten Pinnwand hat sie das gestaltet. Toll, aber richtig schön. Auch mit den Elfen, auch richtig schön. Oh, das ist aber edel. Das ist aber richtig edel. Mein lieber Scholli. Von Susanne eine Schatztruhe gestaltet mit Mixed Media. Da hat sie so richtig schön mit Gold gebrushed auf schwarz. Oben ist noch Floristik drauf. Super. Das hat so richtig diesen Metall-Look, ne? Ja, aber richtig, richtig, richtig schön. Klasse. Vielen Dank, Susanne. Ganz toll geworden. Ihr könnt uns auch gerne wieder weitere Ideen schicken an facebook.ideenmitherz.de. Gerne natürlich mit den Materialien aus der heutigen Show. Oder auch einfach, was ihr sonst so für Ideen habt. Wir freuen uns immer über den Austausch mit euch. Das macht besonders Spaß. Und wir haben auch heute wieder ein Gewinnspiel für euch. Und zwar müsst ihr wieder einfach nur unser Video hier teilen. Und seid dann automatisch dabei und könnt am Ende der Show, losen wir dann den Gewinner oder die Gewinnerin. Und ihr könnt dann all unsere Sets, heute vier Sets im Warenwert von über 60 Euro gewinnen. Also einfach auf Teilen drücken und dann seid ihr auch schon dabei. Das ist ein Wahnsinnspreis, ne? Ja, ne? Super. Ich sag's dir, diese ganzen Grenze. Also da kann man echt tolle Sachen mitmachen. Und wir zeigen euch auch jetzt schon unser erstes Set. Und das Tolle ist auch, wir haben eine Aktion. Für alle die, die das noch nicht mitbekommen haben, wir haben einen Aktionskalender laufen bis zum 24. Juli. Da gibt's jeden Tag ein Törchen mit einer besonderen Überraschung. Und wenn ihr das aus dem Törchen kauft, dann spart ihr sogar auch die Versandkosten. Und die heutige Überraschung ist unser Kranz-Set. Das heißt, wenn ihr das sichert, dann habt ihr auch noch die Versandkosten gespart. Und das zeigen wir euch jetzt, unser erstes Set. Und da seht ihr auch schon, die Artikelnummer ist die 011 28124. Und ihr bekommt insgesamt fünf Kränze. Richtig schöne, unterschiedliche Kränze. Hier haben wir einen so mit Fahnen und wunderschönen rosanen Blüten dabei. Dann kommt ein Kranz zu euch nach Hause hier mit so weißen Knospen. Der ist so richtig schön elegant zum Gestalten. Wir haben den Kranz mit den Sukkulenten. Da kann man auch mal Einzelteile rausschneiden und weiter wunderschön dekorieren. Und dann haben wir unseren Lavendelkranz in lila mit dabei. Einige Kränze, so wie dieser Lavendelkranz, haben auf der Rückseite auch noch eine Aufhängung. Das heißt, ihr könnt den sowohl als Tischdeko, aber auch zum Hängen wunderschön dekorieren. Und der fünfte Kranz ist ein ganz wunderschön saftig grüner Kranz. Den kann man aber natürlich auch wie beim Mixed Media anbruschen. Das haben wir hier unten bei dem Muster einmal gemacht. Da haben wir einfach mit unserer weißen Royal Flash, mit der Multi-Surface-Farbe, so ein bisschen die Blätter angebrusht. Das sehen wir hier bei dem Muster hier unten. Da könnt ihr das einmal sehen. Das sieht auch ganz toll aus. Und das Set mit diesen fünf Kränzen, das gibt es heute unter anderem bei uns. Und wir haben zusätzlich noch ein Set für euch vorbereitet mit Lichterketten. Und zwar haben wir insgesamt sechs von unseren 10er LED-Drahtlichterketten, inklusive der sechs Knopfzellenbatterien. Heute für den halben Preis. Das heißt, ihr zahlt heute nur 9 Euro statt 18 Euro. Und unser drittes Set ist noch unser LED-Podest mit den Aufsteckkugeln. Wir haben insgesamt zwei Stück davon als Set für euch vorbereitet. Zwei LED-Podeste, zwei Aufsteckkugeln. Die Podeste sind mit einer Timer-Funktion ausgestattet und ganz einfach zum Aufstecken. Da ist die Artikelnummer 011 28126. Und das kostet heute nur 9,95 Euro statt 16,97 Euro. Und so könnte das aussehen. Ich zeige euch mal direkt ein Muster, damit ihr euch das noch besser vorstellen könnt in der Verbindung mit unseren Kränzen. Die passen dann nämlich wunderbar drumherum. Hier haben wir einfach mal den Sukkulentenkranz um die Aufsteckkugel gesetzt. Hier noch eine Zauberfolie drumherum dekoriert. Und das Ganze beleuchtet. Sieht natürlich wunderschön aus. Und jetzt zeigen wir euch noch ganz viele weitere Möglichkeiten, was ihr mit den Kränzen machen könnt. Anja steht schon in den Startlöchern. Und zeigt euch jetzt mal noch ganz tolle Ideen. So, wir haben ja hier unseren Buchsbaumkranz. Der ist ja unheimlich schön üppig hier. Um das Ganze aber, finde ich, noch so ein ganz klein bisschen aufzupeppen, kann man das Ganze ja auch anmalen. Beziehungsweise. Brushen. Brushen, sagen wir ja. Genau, ganz genau. Man braucht wirklich nur ein Pünktchen. Ich habe jetzt hier ein Silvertuch. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit meiner Hand. Wir machen das mal so. Kräftig drücken soll ich mal? Ja, kannst du das mal? Ich habe doch so eine dicke Hand. Das ist nicht so schön. So. Oh, Moment, die ist, glaube ich, noch gar nicht auf. Doch, die sollte auf sein. Echt? Ja, sollte eigentlich auf sein. Machen wir einfach so. Ah ja, reicht, glaube ich schon. Man braucht wirklich nur einen Hauch. Man kann auch genauso gut einen alten Teller nehmen oder irgendetwas, weil wir brauchen wirklich nicht viel. Und dann geht man einfach hier zack, zack ein bisschen rüber. Genau. Dass das nur so ein bisschen nur angedeutet wird. Das soll ja auch nicht alles. Ein bisschen Grün wollen wir ja sehen. Deswegen machen wir das nur so vereinzelt. Ja. Dadurch haben wir so ein bisschen diesen Vintage-Stil, was wir auch bei Mixed Media haben. Ja, das ist toll. Vielleicht noch so ein bisschen. Wir können auch noch so ein bisschen mehr in die Richtung, dass die Kamera das noch mehr einfangen kann. Also das kann man mit jedem Kranz machen, diese Brush-Technik. Da könnt ihr einfach mit Weiß zum Beispiel die Blätter am Brushen, dann noch ein bisschen Gold drüber. Dann habt ihr diesen tollen Vintage-Stil. Ja, es macht Spaß. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in so einem Rausch verfällt. Dass du meinst, du müsstest jetzt alle anmalen. Weil das so, ja, es ist so toll. Ja, ja, das macht so Spaß. Ja, das beruhigt auch so ein bisschen. Also ganz toll. Aber du, selbst das haben wir ja eben auch bei dem Muster gesehen. Sieht auch toll aus. Ja. Wenn alle Blätter mal so in Weiß sind. Ja, schau dir mal den Kranz an. Das ist ja hervorragend. Super künstlerisch. So, und dann mache ich mir das hier schon einmal an, damit ich schon mal sehen kann, wie es aussehen könnte. So, und ich liebe ja diesen, ich sage immer, Strumpf dazu. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Der ist total toll. Genau, unsere Hickelspitze. Richtig toll. Richtig toll. Den zieht man einfach so rüber. Ich schaue übrigens gerade schon, wenn ihr Fragen habt, gerne wieder Fragen. Wir können hier während der Sendung alles natürlich beantworten und auch im Nachgang antworten wir auf eure Fragen. Also, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, gerne hier unter dem Beitrag einfach was schreiben. Ja, schau mal, jetzt habe ich das hier schon ein bisschen drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob man das so richtig sehen kann. Also, das ist einfach toll. Ja. Ich mag es immer ganz gerne, dass es oben auch nochmal vollständig aussieht. Nämlich meine Blüten. Es ist egal, welche Blüten wir jetzt nehmen. Und kleben das Ganze einfach mal mit der Klebepistole. Ein paar Pünktchen da drauf. Brigitte fragt gerade, wo gibt es denn die Kugeln mit Flackerlicht? Das ist ja hier... Ach, der Feuerball? Der Feuerball, genau. Den gibt es auch bei uns bei Ideen mit Herz. Der passt auch super dazu. Also, sieht richtig toll aus. Der ist ja auch vor allen Dingen so toll, weißt du, weil man den auch nach draußen nehmen kann. Ja, genau. Das ist so toll, ich schlühe den ja auch überall mit hin. Und wenn wir draußen sitzen, sobald es ein bisschen dunkler ist, kommt der Feuerball ins Spiel. Ja, der sieht echt klasse aus. Ja, das ist auch wie so ein Eyecatcher. So, wenn ich das Ganze jetzt hier beklebt habe, man nimmt ja bei der Floristik ja immer gerne eine ungerade Zahl. Ich bleibe bei meiner 3 und setze das Ganze hier drauf. So. Ja, das sieht super aus, richtig schön. Ja, aber ich finde, da könnte ruhig noch so ein bisschen Grün kommen. So ein bisschen fehlt noch was. Und dann stibitze ich mir einfach so ein bisschen was vom Kranz. Ja. Das fällt gar nicht auf, weil der ist so toll, der ist so wuchtig. So üppig, ne? Ja. Da kann man ruhig einfach hier und da nochmal ein paar Blätter abschneiden. Das fällt kaum auf. So, und dann klebe ich das Ganze auch nochmal einfach dazwischen. So, so. Ja, ach, guck mal, wie schön. Das macht noch unheimlich was aus. Und das ist so schön, weil das kommt einfach wieder aus dem Kranz, die Blätter, die wir unten sehen, dann so dazwischen. Das lockert auch die ganze... Sieht frischer aus. Ja, das ist einfach frischer. So, und dann können wir das Ganze nochmal hier nochmal so ein bisschen... So, und schon ist das fertig. Also da könnten wir noch eins klauen. Ja, vielleicht da noch, genau. Es fällt ja kaum auf. Ja, finde ich auch gut. So. Zacki, zacki und schon ist das fertig. Und ich finde, das ist auch ein schönes Mitbringsel, ne? Ja. Wenn du zu einer Freundin hingehst... Total schön. Ach, guck mal. Und so schnell, ne? Ja. Im Hand und Drin, das kriegt wirklich jeder hin. Und gerade mit der elastischen Spitze da drüber, hat das auch nochmal so eine schöne Oberfläche, ne? Du, ich habe die zu Hause auch, weil ich nehme gerne so alte Gurkengläser, weißt du? Wenn du da das einfach so drüber ziehst und hast dann so eine dicke Hotensie und stellst sie einfach so auf den Gartentisch. Also ganz tolle Sache. Total schön. Sehr schön. Oh, da sieht man das auch nochmal richtig toll mit der Struktur von der elastischen Spitze, die da zukommt. Und wir haben ja auch verschiedene Designs von dem Strumpf, wie du sagst, genau. Ja, ich sage Strumpf dazu, ne? Das ist aber schön edel. Ja, so zurechtziehen, ne? Da kann man hier unten noch so ein bisschen das verdecken, dass es noch gestrafft ist. Und ach, das sieht toll aus. Im Handumdrehen fertig. Wir haben ja auch die Timer-Funktion bei dem LED-Podest. Das geht dann auch noch von alleine aus und wieder an. Wir haben ja zwei Stück von denen in dem Set. Ja, ein super Preis. Und so schnell haben wir eine wunderschöne Tischdeko. Ja. Und jetzt zeigen wir auch nochmal einen Kranz zum Aufhängen, ne? Ganz genau. Da ist ja mein Lavendelkranz, kommt er ja wieder ins Rennen. Mhm, genau. Da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen angemuselt. Ach, das geht, glaube ich, den meisten so. Das kennen, glaube ich, viele der Zuschauer. Viele Bastler, ne? So, und schau mal, wie üppig der auch wieder ist. Ach, der ist so schön. Ja, und wie gesagt, ich habe zu Hause nur Lavendel, weil ich mag auch gerne diesen Duft. Ja, ich auch. Und das Schöne ist, ja, ich habe diesen Kranz auch einmal bei mir zu Hause. Dann habe ich da an meiner Tür, weißt du? Ja, perfekt. Das ist total toll. Mhm. Und ich finde es auch mal wieder schön mit der Lichter-Drahtkette. Mhm. Draht-Lichter-Kette. Genau. Die ist ja super, ne? Ja. Die ist ja so toll, weil die kannst du ja biegen. Es passiert ja einfach gar nichts, ja? Mhm. So. Und die wickele ich einfach zügig, oder auch nicht zügig, einfach hier, ganz locker, flockig. Ja. Auch ganz entspannt. Natürlich. Da haben wir auch extra für euch, wir hatten erst eine andere Lichterkette mit mehr Abstand. Wir haben jetzt extra die genommen mit 5 cm Abstand zwischen den Lämpchen, weil wir gemerkt haben, als wir das hier ausprobiert haben, dass die einfach ideal ist, ne? Ja, das ist eine totale, super Größe und so, warte mal, jetzt haben wir das Ganze hier nämlich schon. Ich mache es auch einmal an. Ach, wie schön. Guck mal, Veronika schreibt, basteln ist für mich wie Kurzurlaub. Ich kann dabei so gut entspannen. Das stimmt. Das ist ja schön, ne? Das ist wohl wahr. Das finde ich ja toll. Super. Schau, jetzt hat das doch ein bisschen stramm gemacht. Geht aber. Toll. So. Ja, und so schnell hat man dann schon einen beleuchteten Kranz. Ja, dann zupfst du das Ganze noch so ein bisschen, ne? Aber ich finde, man könnte da jetzt ruhig noch so ein paar Perlen drauf machen, ja? Ja. Ich finde diese, guck dir mal an, wie schön die funkeln. Oh ja, genau. Die leuchten schön, ne? Die sind so schön, ja, wie sagt man? Mit den Perlmutschen, ne? Richtig toll. So, schau. Ja. Und das mache ich auch wieder mit meiner Heißklebepistole. Setze da einfach so einen Punkt drauf. Ja, die Perlen, wir haben auch ganz viel, was wir hier so nebenbei noch verbasteln, zeigen wir gleich nochmal in unserer, in einer Grafik auch, was ihr so ergänzend kaufen könnt. Kriegt ihr alles bei uns bei Ideen mit Herz. Unter anderem auch die Perlmuttperlen und die haben ein Zentimeter Durchmesser. Die sehen richtig schön aus. Ich finde gerade auch zu dem Lavendel, mit diesem Flieder und dann Perlmutt, das ist so richtig edel, ne? Kann man einfach hier und da noch eine Perle setzen und das macht nochmal ganz viel aus. Hier, so ein schöner Eyecatcher, ne? Ja. Sehr oft so, dass es die Kleinigkeiten dann auch ausmachen, ne? Ja. Schau, dann machen wir jetzt mal, wie viele haben wir jetzt? Drei? Jetzt machen wir so vier Fünfter drauf. Mhm. So. Zack. Puh. Na, dann gehst du da hin. Und dann könnten wir noch rein theoretisch, wir haben ja noch diesen tollen Lichtball, sage ich jetzt einfach mal dazu. Das sieht nochmal ein bisschen frischer aus. Ja. Das können wir hier auch nochmal anstellen. Genau, das ist noch ein anderer Lichtball von uns, den es auch bei Ideen mit Herz gibt. Schau mal. Und guck mal, Anja, was Sandra geschrieben hat. Anja ist der Hammer. Ja, toll. So eine frohe Natur, da macht was denn Spaß? Mega sympathisch. Ich hoffe, wir werden sie noch öfter sehen. Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Das ist ja toll, oder? Das freut mich. Ja, das finde ich auch schön. Ach, toll. So, genau. Und jetzt haben wir auch schon den Kranz fertig. Ja. Und den könnte man jetzt aufhängen oder mit der Kugel, wie du es gezeigt hast, hinstellen, ne? Ja. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für euch, und zwar kleine, ja, Sträußchen herzustellen. Du pass mal auf, diese kleinen Vasen, die sind ja einfach nur klasse, ja? Ja. Wenn du die entweder, du kannst da jetzt echte Blumen reinmachen oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt, ich könnte mich noch so von zwei, drei kleinen Blüten, kann ich mich von trennen. Ja. Ich schneide die einfach ab und mache die, ja, ich sage jetzt mal mit einem Zahnstocher oder, ne? Ja, zum Beispiel, genau. Genau, ein bisschen grün noch und dann brauchst du das Ganze hier einfach nur hier so reinpiksen. Ach, guck mal, wie toll das schön aussieht, ne? So, und dann stellst du das da einfach auf den Tisch. Ich habe das zu Hause wirklich, ich habe zu Hause mir ein Stück Holz auf den Tisch hingelegt, so einen dicken Zweig, sage ich jetzt einfach mal, und vereinzelt diese kleinen süßen Vasen da reingepackt. Guck mal, aus dem Kranz, ne? Aus dem Kranz, ne? Einfach, kannst du ja auch abziehen oder auch abschneiden und steckst das da einfach rein. Total klasse. Das sieht schön aus, ne? Du kannst auch, wenn du zu Hause ein bisschen Rosmarin da reinmachst oder sonstiges, ist eine ganz tolle Sache. Ja, finde ich auch. Ist eine super Idee. Vor allen Dingen, wenn du jetzt deinen Kaffeetisch steckst, das kannst du auch so auf ein Tellerchen stellen, so als Gastgeschenk, also ganz, 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 ganz toll. Mhm. Oder du kannst ja auch noch diese kleinen Sträußchen total schön auf eine Karte drauf machen. Ja, das finde ich auch super. Also jetzt gerade jetzt, wo die Blumenzeit ist, da sieht es so frisch und das macht so viel Freude. Mhm. Finde ich total klasse. Einfach noch so ein kleines Schleifchen, ne? Ja. Da dran und fertig. Und dann einfach eine Dankeskarte, eine Glückwunschkarte. Ja, man braucht gar nicht viel, ne? Guck mal, wie schön das gemacht worden ist. Total schön. Also richtig klasse. Ja, richtig super. Da haben wir auch noch, die können wir ja auch noch mal zeigen, die vorbereiteten Karten, da mal mit dem Rosa. Schau mal. Das sind ja unsere Vintage-Karten. Schau mal. Einfach nur in Schleifenband unten so als Bordüre drübergeklebt und dann das passende Sträußchen dazu. Könnte man jetzt auch zum Beispiel, ich liebe ja meine Gießkarten, ne? Weil wenn man zu Hause, ich sage jetzt mal einen Apfelbaum oder Kirschbaum, ich habe es tatsächlich in einem Apfelbaum zwei, drei so hängen, so als Eyecatcher und mache dann einfach noch mal so ein Blümchen da rein. Du glaubst gar nicht, wie hübsch das aussieht. Superschön. Ja? Ja, richtig gut. Ich mag diese Kannen sowieso total gerne. Die sieht so edel aus, ne? Ja, da haben wir auch diese kleinen Eimerchen, da können wir uns auch gleich noch ein Muster dazu angucken. Wir schauen uns auch einmal die Grafik an, alles was wir jetzt so gezeigt haben, noch als Ergänzung, was ihr noch dazu kaufen könnt. Wir haben hier unsere Royal Flash und Multi Surface Farbe, mit denen ihr zum Beispiel brushen könnt. Die Dekoblüten, die man noch zusätzlich in die Kränze hineinkleben kann. Den Spitzenüberzug in verschiedenen Designs haben wir für euch dabei. Die LED-Kugel und auch die LED-Kugellampe, der Feuerball, der so schön flackert. Dann haben wir die Perlmuttperlen gezeigt mit 10 mm Durchmesser, Schleifenband. Alles Gute und viel Glück. Das Stück ist auch super schön, auch gerade auf Grußkarten. Die Mini-Kugelwasen, die Anja gerade gezeigt hat. Und dann haben wir auch noch die Deko-Gießkanne zum Beispiel, wo man wunderschön einzelne kleine Sträuße hinein dekorieren kann. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch mal ein paar Muster an, die wir gestaltet haben. Das haben wir eben schon mal gesehen, hier wunderschön mit dem LED-Podest und hier dem Sukkulenten-Kranz und der Zauberfolie. Dann haben wir hier einfach mal wunderschön eine Kerze in die Mitte gesetzt und hier ganz viel gebrushed. Die ganzen grünen Blätter sind hier einmal weiß geworden. Das kann man jetzt natürlich auch wahlweise nach Dekoration vielleicht noch ein bisschen mit Gold oder mit rosa Royal Flash Farbe überbrushen. Toll, richtig toll, richtig toll geworden. Eine richtig tolle Idee. Dann haben wir hier den Feuerball und der ist hier einmal mit einem Schleifenband dekoriert. Wir haben den Lavendelkranz und Achtung, unser Set Nummer 4. Hier sitzt einmal unsere Blumenspindel drunter und wir haben heute einmal drei von den Blumenspindeln für euch zum Preis von zwei mit der Artikelnummer 01128127. Also heute drei Stück für nur 3,74 Euro. So sehen die aus als Rohling, zeige ich das Ganze nochmal. Die können einfach zusammengesteckt werden und dann zum Beispiel auch schön koloriert werden mit unseren Multi-Surface oder Royal Flash Farben und da passen die Kränze wunderbar dazu und eben auch der Feuerball so als Highlight. Dann geht es weiter. Wir haben ja auch ganz niedliche Deko-Figuren hier, unsere Mäuschen. Die sehen ja auch süß aus, oder? Witzig, ne? Witzig, wie die gucken. Süß. Ja, und die haben wir einfach mal hier in den Kranz gesetzt und noch ein Schleifchen dazu und den kann man sich jetzt ja wunderbar an die Tür hängen zum Beispiel. Auch eine schöne Idee. Ja, und so üppig hier, ne? Schau mal wie viel, ne? Wahnsinn. Und auch das Grün so richtig frisch. Frisch, richtig frisch. Sieht richtig gut aus, finde ich auch. Und wir haben hier auch zum Thema Mixed Media einmal mit den Lavendelsträußchen gearbeitet. Da haben wir ein tolles Holzbild gestaltet und haben da einfach ein, zwei Lavendelzweige dazu gesetzt, hier mit einem Schleifchen. Das sieht auch richtig toll aus in der Kombination. Ja, so erhaben, ne? Wenn du das mal so guckst, ne? Also richtig schön. Ja, richtig schön. Absolut. Und hier haben wir zum Beispiel eine kleine Tischdeko mit den Sukkulenten gestaltet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hier ist auch wieder das Eimerchen, das ich auch so toll finde. Ne, dieser wunderschöne Vintage-Stil. Und hier und da einfach noch ein bisschen Sträußchen dazugesetzt. Das sieht ja aus wie echt, ne? Das ist ja, wenn man so guckt, dann denkt man ja wirklich, das wäre echt. Ja, finde ich auch. Richtig gut. Richtig hochwertig einfach. Hier haben wir auch mal in ein Acrylmedaillon einfach ein bisschen Lavendel hineingegeben. Auch eine schöne Idee. Und dann geht es hier weiter. Da haben wir ja diese wunderschönen Röschen. Schau mal, diese weißen Rosen, dann wieder mit meinem Lavendel dazu. Ganz toll. Richtig schön gemacht. Ja. Das finde ich ja auch unheimlich schön. Diesen Kranz, den man auch wieder jetzt an die Tür hängen könnte. Ja. Und dann auch noch mit meiner Lichterkette. Genau. Also das ist ja fantastisch. Auch so untereinander gemischt, die Kränze, ne? Ja, genau. Immer so ein paar rosane Blüten von dem einen. Oh, immer ein bisschen spiel, ne? Genau. Mit Rosé, mit Weiß. Also richtig schön, richtig schön. Diesen Kranz mag ich auch sehr gerne. Allein schon mit den... Mit den Kristallen da, ne? Das sieht immer so schön aus, wie das Licht dadurch scheint. So wertvoll, ne? Das ist so unglaublich. Und hier ist wieder mein schöner Strumpf. Oh ja, den sieht man da richtig gut. Finde ich auch richtig klasse gemacht. Und auch wieder mit den Perlen, auch wieder ein bisschen mit... Weiß gebrushed, so, ne? Ja, ja, ja. Ein bisschen verspielt, aber dennoch richtig gut geworden. Finde ich toll. Ja, finde ich auch super. Hier oben haben wir auch nochmal einen wunderschönen Kranz mit einer Kerze gestaltet. Die Farben sehen einfach auch so toll aus, ne? Oh, guck mal, und wieder... Mein Lavendel ist diesmal überall. Aber schau mal, wie schön das von den Farben her wieder passt, ne? Ja. Richtig toll. Also auch, wenn ihr zum Beispiel noch andere Floristik, andere Blütenköpfe zu Hause habt, die kann man da ganz toll in die Kränze einfach noch hineinkleben und dazu dekorieren, farblich passend auf die Kerze abstimmen. Also das sieht auch super schön aus. Und eine ganz tolle Idee zur Hochzeit haben wir hier noch mit einem Kranz, hier oben einmal dekoriert. Das ist unser Bild von der standesamtlichen Trauung und da haben wir jetzt einfach mal auch einen Kranz drumherum geklebt, was das ausmacht, oder? Sieht richtig toll aus. Hübsch, auch hier mit den Ringen und das, also richtig toll. Hier im Hintergrund ist unser neuer Holzrahmen, den haben wir einfach mal weiß lackiert und dann noch die Sticker dazu. Das ist doch eine ganz tolle Geschenkidee. Auf jeden Fall. Toll. Ja, und hier haben wir auch noch einmal mit Mixed Media eine Kugel in den Kranz gesetzt und dann nochmal die Vögelchen da mit dem Lavendel. Das sieht auch einfach klasse aus. Also ganz viele Ideen für euch. Wir sind gespannt, ob ihr uns auch wieder was zuschickt. Da freuen wir uns immer besonders. Also gerne eure Ideen an Facebook-Ad-Ideen mit Herz schicken. Und ja, jetzt schauen wir nochmal auf die nächsten Termine. Was steht an bei QVC und auf den Messen? Einiges, ne? Einiges, ja. Wahnsinn. Am Mittwoch haben wir sogar vier Stunden bei QVC. Wir haben eine Doppelstunde Karins Bastel Club und abends nochmal eine Doppelstunde bei QVC 2. Karins Bastel Ideen mit Herz von 18 bis 20 Uhr. Und dann kommt ja der große Bastel Event am 31.07. um 0 Uhr geht's los mit dem Tagesangebot. Als nächste Messe kommt der Kreativtreff in Berlin am 18.07. Und die nächste Facebook-Live-Show ist dann am 15.07. in zwei Wochen. Da haben wir das Thema Siebdruck, eine wunderschöne Textiltechnik. Hier mal ein Beispiel. Und das werden wir euch Schritt für Schritt zeigen in zwei Wochen. Das ist ja toll, hör mal. Das ist aber toll. Ja, sieht richtig super aus. Also da haben wir wirklich ganz tolle Neuheiten für euch dabei. Da freue ich mich schon drauf. Und jetzt ziehen wir noch den Gewinner oder die Gewinnerin von unserem Gewinnspiel. Ihr bekommt, oder der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt alle vier Sets, die wir heute gezeigt haben. Und die Gewinnerin ist Karin Grandi. Ja, herzlichen Glückwunsch. Juhu, toll. Messe. Herzlichen Glückwunsch, Karin. Wir würden uns freuen, wenn du uns Ergebnisse zuschickst, die wir dann beim nächsten Mal zeigen können. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei wart. Bei dir, Anja, dass du das so toll gemacht hast heute. Vielleicht kommst du ja nochmal, ne? Bestimmt. Bestimmt, glaube ich auch. Also bis dann, einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.